Was ist Ihre persönliche Motivation? Also ich habe, man muss ein bisschen zurückgreifen, ich habe vor ein paar Jahren von wegen teilgenommen an der Planung des Tages Inklusion im Kurzfeld, wo ich dann sehr viele Impulse entdeckt hatte, die mir gesagt haben, okay, ich könnte was tun. Ich habe mich auch jetzt gleichzeitig hier in der Stadt Meeting House eingesetzt, dass wir hier eigentlich einen Inklusionsbeirat bekommen sollten, der leider nicht passiert ist, aufgrund der Politik. Hier wird es dann einen Teilhabebegleiter geben. Aber dennoch, die Arbeit hat viel Spaß gemacht und ich denke mir vor wegen, das macht das auch beim Kreis und einfach auch gucken, was da passiert. Lass mich einfach überraschen.